Es wird wieder spannend, Freunde. Es wird wieder spannend und zwar, das ist jetzt eine Reaktion auf ein Posting, das ich vor kurzem gemacht habe. Ich fliege gerade ein paar Tage zurück zum Thema Stoffwechsel und vor allem die krasse Aussage, die anscheinend sozusagen der Griff ins Hornisennest war. Das ist die Aussage, wenn du nach einer Stoffwechseltablette verlangst, wenn du nach einer Stoffwechseltablette googelst, dann ist das eine Bankrotterklärung an deinen Willen. Du übernimmst keine Verantwortung. Okay, das hat auch einigen wehgetan. Es waren viele dabei, die haben es befürwortet. Es stimmt so, ich schätze 80%, aber dann gab es ein paar, oh Andreas, das ist alles Blödsinn, ich habe mit der Stoffwechseltablette abgenommen, ich habe gute Erfahrungen gemacht, weil XY Sportler, XY Forscher hat bestätigt, bla bla bla. Wir reden jetzt definitiv nicht über Studien und wir reden definitiv nicht über Sportler, die auch nur Menschen sind und gerne ein Zusatzeinkommen generieren. Darüber reden wir nicht. Wir reden jetzt mal glasklar über das Thema einer Stoffwechseltablette. So, und jetzt mal bitte folgende Informationen für dich zum drüber nachdenken. Also ich fordere immer zum Tanzen auf. Ich liebe das Tanzen, denn gut ist auch, wenn man sich mal über den eigenen Kanal, über die richtigen Informationen letztendlich auch die richtigen Antworten bekommt. Beim Google, wenn wir googeln, bekommen wir immer diese Antworten, die wir verlangen, weil wir genau so googeln, dass genau das Ergebnis rauskommt, was wir hören wollen. Die leistungsfähigsten Stoffwechseltabletten. Vorteile von Stoffwechseltabletten. Was kommt raus? Genau das, was der Sucher natürlich sucht. Ich liefere heute mal für dich, für euch die Information, um dieses Thema selbst zu beantworten, um selbst zu hinterfragen, inwieweit ist sowas eigentlich wertvoll, sowas nutzen zu wollen. Und zwar, was ist denn überhaupt eine Stoffwechseltablette? Was denken denn die meisten Menschen dabei, wenn sie nach einer Stoffwechseltablette suchen, beziehungsweise was können die Funktionen sein, was vermuten die meisten? Die meisten gehen ja da ran und sagen, ich habe 10, 15, 20, 25 Kilo Übergewicht. Ich möchte die loswerden, natürlich möchte ich die loswerden innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und wenn es geht, natürlich mit wenigstmöglichem Aufwand. So, das ist natürlich immer so der Druck, der hinten dran steckt. So den Wunsch, was man hat. Eine Stoffwechseltablette soll also dafür sorgen, dass der Körper, ohne dass wir groß was dafür tun, ohne dass wir unser Verhaltensmuster, unser Persönlichkeitsprofil im Essverhalten, im Bewegungsverhalten, im Stress- und Schlafverhalten verändern. Also ist der Wunsch, dass diese Tablette genau das macht, was normalerweise passieren sollte, wenn man sich gesund ernährt, wenn man sich regelmäßig bewegt, wenn man gesund schläft und wenn man ein gutes Stressmanagement hat. Okay? Also sollen die Pfunde purzeln. So. Und das ist der Wunsch der meisten. So, und jetzt gibt es natürlich auch welche, die sagen, yes, ich habe das auch geschafft, mit der Stoffwechseltablette, die war super. Wenn es tatsächlich in der Stoffwechseltablette gelegen haben sollte, dann ist sie in Deutschland nicht verkehrsfähig, dann ist sie ungesund, weil sie die Thermogenese extrem erhöht, weil sie den Herzrhythmus erhöht, weil sie auch, also die Thermogenese, die Körpertemperatur erhöht. Das sind alles Faktoren. Wenn wir die synthetisch anregen, ist es immer mit einem Risiko verbunden. Und zwar ein Risiko fürs Herz, ein Risiko für den Blutdruck. So, also da ist mit Fosi zu genießen. Früher gab es Glenbuterol, dann gab es Ephedrin, dann gab es Ephedrea, dann gibt es heute noch Koffein, dann gibt es heute auch noch Grüntier und Guarana. Wobei Koffein, Grüntier und Guarana ja verkehrsfähig sind, solange die Mengen nicht zu hoch sind. Aber Ephedrea zum Beispiel, Ephedrin zum Beispiel, Glenbuterol, läuft unter Marzneimittelgesetz genauso wie Schilddrüsenhormontabletten. Die sorgen natürlich dafür, dass der Körper mehr Energie verbraucht, dass wir mehr Fett vor Stoff wechseln. Aber das ist hochgradig gesundheitsschädlich. Deswegen sind sie auch nicht verkehrsfähig. Wenn jemand krank ist, dann braucht er Schilddrüsenhormone. Aber wenn wir gesund sind, dürfen wir das niemals machen, weil die Schilddrüsenhormone zum Beispiel könnten zu einem Rebound-Effekt führen, sodass der Körper durch die Zufuhr von außen keine körpereigene Schilddrüsenhormone mehr produziert. Und dann sind wir danach angewiesen auf Schilddrüsenhormontabletten. Dann frag mal jemanden, der ein Schilddrüsenhormonproblem hat, ob er das geil findet. Ja, für ihn ist definitiv nicht geil. Also Finger weg von illegalen Sachen, Nummer eins. Und Nummer zwei, die Stoffwechseltabletten, die angeblich den Stoffwechsel optimieren sollen. Wo liegen wir da? In welchem Bereich liegen wir da? Was können wir zusätzlich für Stoffwechseln? 60, 80, 100 Kalorien. Und davon sind vielleicht 60, 70 Prozent Fett, wenn alles gut läuft. Was bedeutet das? Ein Kilo Körperfett hat 7000 Kalorien. Wie soll sowas zielführend sein? Das ist nicht zielführend, das ist Unsinn. Allein mit einem gezielten Training, mit der gezielten Ernährungsumstellung, schaffen wir ein Vielfaches dessen. Das ist ein Witz, was mit so einer Stoffwechseltablette passieren soll. Und die meisten Stoffwechseltabletten, die haben null Funktion. Die verbessern nichts. Der Vorteil ist bei einer Stoffwechseltabletten, der einzige Vorteil, den man wirklich nennen darf, ist der Placebo-Effekt. Denn die Menschen, die eine Stoffwechseltablette nehmen, was machen die parallel dazu? Richtig, parallel dazu. Achten Sie auf Ihre Kalorien. Parallel dazu. Ernähren Sie sich, ich hoffe, zumindest nicht alle, aber einige sind dabei, die ernähren sich auf einmal gesund. Menschen, die sich mit Stoffwechseltabletten beschäftigen, die fangen auch an, sich etwas mehr zu bewegen. Was passiert dadurch? Ernährungsumstellung, lass mehr bewegen. Über die Ernährungsumstellung werden 200, 300, vielleicht 400, sogar 500 Kalorien. Bei manchen Firmen, die da empfehlen, essen nur 600 Kalorien am Tag, werden dann bis zu 2000 Kalorien reduziert. Dann wird empfohlen, noch ein bisschen Sport dazu zu machen, dann wird noch im Sport noch mal 200 bis 300 Kalorien mehr verbraucht. Warum nehmen Sie dann ab? Warum nimmt dann der User das Stoffwechseltablette ab? Weil er Stoffwechseltablette genommen hat. Nein. Weil er vorübergehend sein Ernährungsverhalten geändert hat und weil er sich mehr bewegt. Das ist alles. Das hat nichts mit der Stoffwechseltablette zu tun. Jetzt könnte man sagen, naja, nimm sie doch. Nö. Weil die Stoffwechseltablette, was passiert damit? Was passiert damit, wenn man eine Stoffwechseltablette nimmt? Genau das, was ich jetzt sage. Sie nimmt dem Menschen die Verantwortung. Sie nimmt dir den Willen. Weil in Zukunft wirst du nur noch, wenn du eine Stoffwechseltablette nimmst, wirst du auf eine gesunde Ernährung achten. Wenn du eine Stoffwechseltablette nimmst, wirst du dich mehr bewegen. Das ist ein Anteil der Menschen. Viele Menschen nehmen eine Stoffwechseltablette und ändern aber ihr Ernährungsverhalten nicht. Und dann passiert relativ wenig. Das heißt, sie nehmen nicht ab. Und was passiert? Sie sind frustriert? Die Stoffwechseltablette ist schuld? Nee. Die Stoffwechseltablette ist eben nicht schuld. Sondern der Mensch ist schuld, der überhaupt die Idee gehabt hat, sowas überhaupt zu nutzen. Denn wenn wir, beziehungsweise jetzt pass auf, was passiert, wenn Menschen die Interesse haben, Gewicht zu reduzieren und sie sagen, ich möchte damit jetzt keinen großen Aufwand betreiben. Ich habe zwar 10, 15 Jahre oder manchmal nur 5 Jahre gebraucht, um 10, 15, 20 Kilo zuzunehmen, aber in 8 Wochen bis 10 Wochen sollte das schon wieder weg sein. Erkennt man daran schon einen Fehler? Ja, erkennt man. Denn ich kann nicht, was ich in ein paar Jahren zugenommen habe, innerhalb von Kurzarbeit abnehmen. Das hat noch nie funktioniert. Und wenn wir mal oder wenn du mal in deinen Bekanntenkreis gehst und die Leute fragst, wirst du feststellen, keiner davon hatte Erfolg. Vielleicht kurzfristig ein paar Kilo, aber langfristig hatte niemand Erfolg. Und somit ist die ganz große Frage, die Leute googeln ja auch. Also es ist spannend, wie die googeln. Weil viele googeln dann und geben ein, beste Stoffwechseltablette. Was wird man für Informationen bekommen? Genau die, die wir hören wollen. Wie soll man Stoffwechseltabletten anwenden? Man wird genau diese Informationen bekommen, die man nachgefragt hat. Weiter geht es natürlich, wie unterstützen mich Stoffwechseltabletten? Es wird genau die Antwort kommen, die man fragt. Wenn du das umdrehst, schädliche Nebenwirkungen durch Stoffwechseltabletten, was kommt da raus? Dann kommt genau das raus, was du nicht lesen willst. Stoffwechseltabletten, funktionieren die überhaupt? Fragezeichen. Da wirst du ganz viele Berichte bekommen, dass sie nicht funktionieren. Also wird keiner, deine Stoffwechseltabletten, oder die wenigsten, die eine Stoffwechseltablette suchen, werden genauso googeln. Sondern sie werden genauso googeln, dass die Antwort rauskommt, die sie sich wünschen. So sind wir Menschen nun eben mal. Das machen wir genauso. Und ich hatte gerade bei diesen Postings, hatte ich etliche Antworten. Auch viele, natürlich viele haben sich nicht getraut, um das Posting drunter zu schreiben. Haben wir natürlich eine Privatnachricht geschickt, entweder über YouTube oder über Facebook oder über Instagram. Und dann kam, ich habe trotzdem Erfolg gehabt, meine Verdauung funktioniert viel besser. Meine Verdauung funktioniert viel besser. Und dadurch nehme ich schnell ab. Die Frage ist doch, warum hat die Verdauung vorher nicht funktioniert? Ah, okay. Vielleicht habe ich zu wenig Ballaststoff hinzugeführt. Ah, okay. Vielleicht habe ich mich zu wenig bewegt. Aber darauf kommen die wenigsten dann zu sagen. Ist jetzt mit einer Stoffwechseltablette die Ursache behoben? Weil mein Darm nicht funktioniert. Nein. Ist es eben nicht. Und genau das ist ja das Spannende. Eine Stoffwechseltablette raubt uns die Energie und raubt uns unseren Willen. Denn in Zukunft, wenn jemand Stoffwechseltabletten genommen hat, und er hat dadurch irgendwas erreicht, wäre da nur im Zusammenhang mit einer Stoffwechseltablette überhaupt noch umsetzen können, wenn du natürlich jetzt sagst, ja, Andreas, das ist doch nicht schlimm, dann nutze halt den Placebo-Effekt. Sorry. Dauerhaft verlieren die Menschen ihren Willen. Der Mensch gibt in dem Moment, wo er sich auf eine Tablette verlässt, gibt er seine komplette Verantwortung ab. Er übernimmt keine Verantwortung über sein Verhalten, keine Verantwortung über sein Lifestyle, wird nur vorübergehen, solange die Tabletten noch da sind, wird er in die Umsetzung gehen und sobald die nicht mehr da sind, verliert er seinen Biss. Und genau darum geht es. Und das kann niemals funktionieren, wird niemals funktionieren. Und ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass Menschen sozusagen Geld nehmen und zum Fenster rauswerfen und dauerhaft eben nicht in der Lage sind, auf ihr Gesundheitskonto einzuzahlen. Und deswegen gibt es immer wieder von mir diese Themen zum Thema Stoffwechsel, was kann ich für einen Stoffwechsel tun. Also, ich hoffe, dass ihr natürlich jetzt durch das, was ich euch erklärt habe, das Verständnis habt, dass diese Sachen niemals funktionieren. Erstens mal, wenn Stoffwechseltabletten auf dem deutschen Markt verkehrsfähig sind, ist die Wirkungsweise super geringfügig. Wenn die Wirkungsweise extrem hoch ist und man nimmt schnell davon ab, dann sind sie in der Regel in Deutschland nicht verkehrsfähig. Und die gesundheitliche Beeinträchtigung ist riesengroß. Also macht es überhaupt keinen Sinn, sie zu nehmen. Und dazu kommt der psychologische Effekt, dass wenn Menschen sich auf solche Sachen verlassen, dass sie letztendlich ihre Verantwortung abgeben. Das heißt, es wird niemals zu einer langfristigen Änderung des Lifestyles kommen. Menschen, die so agieren, werden niemals ihre eigene Verhaltensweise hinterfragen und genau deswegen ist es zum Scheitern verurteilt. Sie werden wieder zunehmen. Weil durch eine Stoffwechseltablette lernen wir nichts. Das ist das Gleiche wie durch eine Diät, in der man einfach nur weniger isst, aber die Qualität des Essens nicht verändert. Lernen wir nichts. Es gehört immer dazu, dass wir auch unsere Persönlichkeit neu definieren. Denn ein Mensch, der keine Stoffwechseltablette benötigt, ein Mensch, der sich dauerhaft gesund ernähren möchte, ein Mensch, der dauerhaft oder regelmäßig Sport betreiben möchte, hat ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil wie ein Mensch, der das nicht tut. Ein Mensch, der grundsätzlich seinen gesamten Lifestyle, der ja dazu geführt hat, dass er eben beim Übergewicht gelandet ist, ändern will und ändern wird, hat ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil, wie der Mensch das nicht macht. Und somit erkennt ihr direkt, es gibt keine Tablette, es gibt kein Supplement, um das Persönlichkeitsprofil zu ändern. Da sind wir selbst dafür zuständig. Und das ist Arbeit an unserer eigenen Verhaltensweise. Und die wird niemals durch eine Tablette funktionieren. Es passiert sogar das Gegenteil davon. Der ungesunde Lifestyle wird noch verstärkt durch diese Stoffwechseltabletten. Und darum geht es. Und jetzt geht es natürlich auch darum, ich möchte euch natürlich auch einen Mehrwert liefern, wie kann man eigentlich und wie kann man den Stoffwechsel positiv beeinflussen? Wer hätte es gedacht, es hat was mit unserer Ernährungsweise zu tun. Und zwar mit dem, was wir essen. Mit der Menge, ganz klar mit der Menge, was wir essen, weil der Körper braucht einen gewissen Kaloriengehalt, das kann man berechnen anhand vom Grundumsatz, vom Arbeitsumsatz und vom Leistungsumsatz. Grundumsatz ist der normale Umsatz, was der Körper sowieso braucht, in 16 Stunden wach sein, acht und schlafen. Zweitens ist der Arbeitsumsatz, das ist das, was du durch deine Arbeit vorrauchst, je nachdem, was für ein Berufsbild du hast. Und Nummer drei, falls du Sport betreiben sollst, der Leistungsumsatz. Und diese drei Werte kann man berechnen. Dann hat man einmal, welchen Bedarf habe ich? Das gleiche wie im Auto. Ein Auto braucht im Durchschnitt 12,5 Liter Sprit oder 8,9 oder 4,7 je nachdem, was für ein Auto ich habe, welchen Motor ich drin habe und vor allem, wie ich fahre. So, das ist einmal eine Basis, die sollte man wissen. Die zweite Basis ist, wie sollten eigentlich die Makronährstoffe, wie viele Proteine sollten von den Kohlenhydraten, von den Kalorien sein, wie viele Kohlenhydrate, wie viele Fette. Welche sind wichtig davon, was hat Priorität, was sind die sogenannten essentiellen Lebensmittel, das ist Protein und das Fett. Das sind alles Faktoren, die muss man wissen. Wie viel Prozent der Gesamtkalorien sollten gesunde Fette sein, wie viel Prozent der Gesamtkalorien sollen gesunde Proteine sein, wie viel der Gesamtkalorien im Prozent sollte gesunden Kohlenhydrate sein. Wichtige Faktoren. Zusätzlich wichtiger Faktor, wie lang sollten die Abstände von einer zur anderen Mahlzeit sein, sodass der Körper auch in die Fettverlust gelangt. Zusätzlich, was sollte ich beachten, was sollte ich abends essen, wie lange vor der Bettzeit sollte ich meine letzte Mahlzeit zuführen. Das sind alles Faktoren, die den Stoffwechsel positiv beeinflussen, wenn man es richtig macht. Das Zweite ist, wer hätte es gedacht, das Bewegungsverhalten. Es gibt keinen besseren Stoffwechsel-Booster, wie einmal die Ernährung und dann direkt danach die Bewegung. Warum die Ernährung als erstes? Weil wir 21 Mal pro Woche, wenn wir Dramen am Tag essen, die Möglichkeit haben, die richtigen Kalorien, die richtigen Formen im richtigen Verhältnis zuzuführen. Nummer zwei, unser Bewegungsverhalten. Wir haben Muskulatur und die Muskulatur ist das Stoffwechsel-Organ Nummer eins. Wenn wir unsere Muskulatur regelmäßig benutzen, aktivieren, dann verbrauchen wir auch über die Muskulatur entsprechende Energie. Also Stoffwechsel-Booster Nummer eins, die Bewegung. Wie viele Mal soll ich mich pro Woche bewegen? Welche Art von Sport soll ich betreiben? Und drittens, wo sollte mein Puls sein? Denn das sind auch Faktoren, die wichtig sind, um zu wissen, dass von der Bewegung, die ich absolviere, der höchste Anteil, was ich an Energie verbrauche, aus dem Fettverbrennungsbereich kommt. Zusätzlich, Schlafen. Schlafen ist ein Kalorien-Booster. Natürlich, wenn jemand zu wenig schläft, hat er ein Problem mit dem Stoffwechsel. Man weiß heute, dass alle Menschen, die nach 22 Uhr ins Bild gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Stoffwechselproblem haben, um 20 Prozent erhöhen. Alle Menschen, die nach 24 Uhr ins Bild gehen, wissenschaftlich belegt, weiß man über 33 Prozent Erhöhung, dass sie ein Stoffwechselproblem bekommen. Schlaf also unglaublich wichtig, die Menge des Schlafes und die Qualität des Schlafes. Auch ein unglaublicher Stoffwechsel-Booster. Die wahre Tablette für Stoffwechsel. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich auch das Stressmanagement, auch das trägt dazu bei, ob ich meinen Stoffwechsel booste oder nicht. Jetzt könnte man sagen, wenn man ständig unter Strom steht, dann ist es ja gut für die Energieverwertung. Das ist richtig. Aber leider Gottes nur für den Zuckerstoffwechsel, nicht für den PET-Stoffwechsel. Es ist nachgewiesen, dass Menschen, die immer einen zu hohen Stresslevel haben, dass die, wie wahrscheinlich dass sie übergewichtig werden, viel höher ist, wie man da keinen Stress hat oder der mit Stress umgehen kann. Einen Stress gibt es eh nicht. Auch hier, ein gesundes Stressmanagement ist ein Stoffwechsel-Booster. Also somit eine natürliche gesunde Stoffwechsel-Tablette. Und jetzt zum ganz zum Schluss die wichtigste Information. Was ist denn die Voraussetzung, dass wir letztendlich uns Gedanken darüber machen, wie sollen wir uns ernähren? Wann sollten wir essen? Was sollten wir essen? Thema Bewegung. Welche Bewegung? Warum Bewegung? Wo macht man die Bewegung? Nummer drei, Schlafoptimierung. Nummer vier, gesundes Stressmanagement. Alle diese vier Faktoren. Wie kommt man zu diesen Faktoren? Was muss man dafür tun? Genau. Die richtige Entscheidung treffen. Und jetzt wisst ihr ganz genau, wo ist denn eigentlich unser wichtigstes Stoffwechselorgan? Das ist mal wieder wie immer zwischen den Ohren, das ist unser Gehirn, und zwar die Entscheidungen, die wir treffen. und genau das ist das, was der langfristige Erfolg bescheren wird, ist, wenn du die richtigen Informationen hast, Nummer eins, und natürlich auch nochmal die richtigen Entscheidungen triffst. In dem Moment musst du dir nie, 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 nie mehr in deinem Leben Gedanken über dein gesundes Gewicht machen. Du musst dir nie mehr Gedanken darüber machen, was muss ich dafür tun, um Gewicht zu reduzieren. Du musst dir nie mehr Gedanken darüber machen. Zum Thema Gesundheit. Du weißt, wo es hingeht, du hast die Entscheidung getroffen, du triffst die Entscheidung. Und das spielt alles rein, und das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Das spielt rein in der Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen, wenn du einen Code suchst für dein Thema Gewichtsreduktion, für dein Thema regelmäßigen Sport, für dein Thema Gesundheit, für dein Thema Schlaf- und Stressmanagement, dann brauchst du jemanden, der ganzheitlich arbeitet, der eine ganzheitliche Ausbildung hat. Du wirst mit deinem Personal Trainer auf Dauer, wenn es um die Gewichtsreduktion geht, keinerlei Chancen haben. Du wirst mit einem reinen Ernährungsberater, wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht, auf Dauer keinen Erfolg haben. Solange dein Coach nicht in der Lage ist, mit dir zum Thema Persönlichkeitsentwicklung aktiv zu werden, dir neue Verhaltensweisen zu vermitteln, dir auch die Tipps zu geben, wie komme ich in diese neuen Verhaltensweisen, was muss ich dafür tun, um aus neuen Gewohnheiten energiearme Routinen zu generieren. Solange du so einen Coach nicht hast, wirst du dauerhaft nicht den Erfolg haben, den du haben möchtest. Du wirst nur kurzfristig Erfolg haben, weil du immer wieder ins alte Verhaltensmuster zurückfällst, in dein ursprüngliches Persönlichkeitsprofil, was du dir ja schon über 20, 25 Jahre angeeignet hast. So, und jetzt pass auf, jetzt machen wir bitte folgenden Switch. Stell dir einmal vor, du hast jemanden an deiner Seite, der dir all diese Information liefert. Du musst nicht drüber nachdenken. Du hast keinerlei anfängliche Startschwierigkeiten, weil du Informationen brauchst. Du hast alle Informationen für dich. Du hast jemanden an der Hand, der dich führt, der dir alle Informationen liefert für dich, sodass die Fehlerquelle nicht mehr da ist. Dass das Versagen von vornherein eliminiert ist. Wie fühlt sich das an? Du wirst Erfolg haben. Du wirst an dein Ziel ankommen. Und du musst dir danach nie mehr Gedanken darum machen, was soll ich essen, wann soll ich essen, welche Art von Sport soll ich machen, welche Übung soll ich machen, welchen Puls soll ich einhalten, wann soll ich schlafen gehen, auf was ist zu achten beim Schlafen. Thema Stressmanagement. Wie gehe ich mit Stress um? Es ist Stress da, aber wie arbeite ich mit Stress? Wenn du all die Informationen hast, stell dir einfach mal vor, du hast all die Informationen, du musst darüber nie mehr nachdenken. Weißt du, wie einfach dann das Leben ist? Weißt du, wie gut sich das anfühlt, alle Informationen haben, die Sicherheit zu haben? Tja, so, und jetzt hast du die Möglichkeit, wieder einmal zu sagen, naja, ich habe zwar einen Bedarf, aber ich schiebe es mal wieder vor mir her. Ich mache es irgendwann einmal. Du kannst wieder einmal sagen, nö, mein Gesundheitskonto ist mir wurscht. Ich warte jetzt einfach noch ein bisschen, bis es richtig wehtut, denn ich kenne mich ja, ist der Schmerz nicht groß genug, komme ich nicht ins Tun. Kannst du machen. Aber dann solltest du definitiv nicht jammern, dann solltest du definitiv nicht unzufrieden sein. Denn die Informationen hast du jetzt. Du brauchst jetzt nur noch eine Entscheidung zu treffen. Und du kannst natürlich sagen, lieber Andreas, weißt du was, wie sieht es aus? Kannst du mich beraten? Dann kann ich dir sagen, ja, ich kann das. Ich habe alle Informationen, die du brauchst, zu 100 Prozent, die dir deinen Erfolg bringen. nur, ob du in der Lage bist, das umzusetzen, ob du in der Lage bist, das zu machen, im Moment, das kann ich dir nicht sagen. Deswegen gibt es definitiv keine Garantie, dass wir beide zusammenarbeiten können. Das stellt sich erst raus, wenn du mit meinem Mitarbeiter einen Termin hast, mein Mitarbeiter hat mit dir gesprochen, hat geguckt, welche Wünsche hast du? Und vor allem hast du auch das minimal nötige Mindset, das umzusetzen. Den Rest ließe ich dir schon. Aber es muss eine gewisse Grundbereitschaft da sein. Es muss der Wille da sein, es umsetzen zu wollen und zu können. Und wenn das funktioniert und mein Mitarbeiter ein Go gibt, mit dem du ein Erstgespräch hast, dann haben wir in Kürze unser Erstgespräch. Und dann kann ich dir ganz klar sagen, welche Strategie gehen wir an? Wie gehen wir bei dir vor, sodass du langfristig Erfolg haben wirst? Und nie mehr über das Thema Stoffwechsel, Stoffwechsel, Tabletto, sonst irgendwas nachdenken musst. Du musst nie mehr drüber nachdenken, wie kann ich mal wieder eine Abkürzung nehmen, die sowieso nicht funktioniert. So, jetzt bist du dran. In den Shownotes findest du, in den Bemerkungen findest du andreas-drienbacher.com. Da gehst du rein und gibst deinen Wunschtermin ein. Und da haben wir in Kürze, wir zwei, haben wir unseren Erstgespräch. Da freue ich mich drauf. Deswegen jetzt schon mal herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, das alles aufzunehmen. Und vor allem danke, dass du selbst einsiehst, dass der Weg des geringsten Widerstands noch nie funktioniert hat. Bis dahin, mach's gut und hab eine gute Zeit. Hab eine schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.